Musik Hi, I'm Pathetic from Anti-Flag. Mein Name ist Bushido. Chex. Prinz Pi. Dirty Döring. D-Jawnton und Spinney. Mein Name ist Onkel. Psycho-Dino. Papa Roach. Zine Kravis. Ich mag Berlin sehr gerne, ich hab ja so viele Freunde. And you're watching The One. Ihr ist Fritz Kalkbrenner. The Only. Bist du vergeben? Äh, ja. Hier spricht der Elbe. Berlin Music. Lexi. Gizemius. Tivi. Carpoll. The Anthem. Here it is. Wir sind die Atzen. Right now. Tivi. I swear to God. Der Moment, als wirklich alle kniet oder gehockt hat und so, das war schon Gänsehaut. So, Berliner Music Award. Heute, wir haben über 300 Bands gehabt, die sich beworben haben. Wir kommen jetzt zur Sieger-Äro. Der Gewinner ist... Berlin Aero. Jetzt starten wir in die Battle-Runden des Berliner Music Awards 2013. Wir zeigen euch heute alles rund um den Berliner Music Award. Wir freuen uns, dass wir wieder dabei sein können und den Abend heute eröffnen können. Viel Spaß beim Finale. Eins, zwei, drei, vier. Ihr kennt uns vielleicht vom biologischen Weihnachtsfest in Klein-Makno. Es war wirklich geil. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier sein, also vielen Dank, dass wir uns hier haben. Yo, yo, yo. Mein Name ist Raf und ihr seht einen Tag mit mir bei Berlin Music TV. Und inzwischen singt halt unser Tourmann, der ist auch immer mit und der ist Mohamed. Wir sind hier für euch beim MADE Festival 2013. Und es ist der Boss, der hat meinen Nasen-Kügel am Hebrigen. Freaking brilliant. Wir befinden uns im Moment auf der VIP-Tribüne von Rock am Rennen. Wir sind hier beim Hurricane Festival 2013. FC Hansa, du bist so genial. Vielleicht coole Leute, der Alkohol schmeckt. Ey, wenn ich gucke, muss ich aber noch da. Jetzt hat man eine Live-Performance vom Weihnachtsmann. Genau deshalb gehe ich jetzt zurück, um mich zu betrinken. Und wir berichten vom Splash Festival 2013. Ihr seht auf dem Jahr fertig auf. Ja, sicher. Heute treffen wir die Band Drei Tage Watt. Es ist einfach diese Mischung aus unterschiedlichen Musikrichtungen. Ich denke mal, ich verdanke Oliver bzw. Tivo Talent halt meine ganze Karriere. Wir haben, glaube ich, schon so einen bestimmten Sound, für den wir stehen. Hallo und herzlich willkommen hier zu den Metal Hammer Awards 2013. Und super siehst du aus heute. Oh, danke. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu Berlin Metal TV. Mit mir, Axel One, dem Stecher vom Betriebsfirmenkonto. Und Berlin Music TV sagt Bye Bye. Hier vom Berliner Music Award. Ciao.